Nach Monaten voller Arbeit ist die Godot Engine 4.4 jetzt in der Stable-Version released worden. Eine große Masse an Quality-of-Life-Featuren und neue Features allgemein für die Engine. Was hat sich geändert? Ich zeige es dir in der heutigen Folge von Godot 4.4 in 10 Minuten erklärt. Ich bin jetzt truly most wanted und du kannst dem Video gerne einen Like geben, wenn es dir gefallen sollte, diesen Kanal abonnieren, wenn du mehr Spieleentwicklung sehen möchtest und immer Fragen, Feedback und Meinungen zum Video in die Kommentare schreiben. Und jetzt geht's los. Bevor wir hinein starten, das Wichtigste, die Credits. Denn dieses Update und viele Features, die hier drin sind, sind nur möglich, weil Menschen aus der Community mit an der Engine entwickeln. Denn 2932 Commits, also Änderungen am Code, wurden von 523 Personen gemacht und die haben über 4351 GitHub-Issues gelöst. Schauen wir uns also mal die Highlights der Engine an. Beginnend bei Jolt Physics, ein beliebtes Physik-Engine-Modul, was in vielen anderen Games wie auch unter anderem Horizon Forbidden West aktiv ist. Und das ist jetzt mit einem Klick in der Godot Engine aktivierbar. Mehr Collider, mehr Nodes, mehr Physik-Berechnungen möglich pro Sekunde. Ungefähr doppelte bis dreifache Performance in der Engine. Debuggen von Games. Endlich ist das Ganze nicht mehr in einem eigenen Fenster, sondern direkt in der Engine mit angebunden. Denn wir können jetzt auch in unserer Szene im laufenden Game beim Debuggen Objekte auswählen, direkt verschieben und so mit dem Game viel besser dynamisch interagieren. Spiele in VR entwickeln macht viel mehr Spaß. Während wir bereits schon in VR stehen können, können wir jetzt im Godot Editor Fenster welche Veränderungen machen, wie die Position von Plattformen und wir sehen diese Änderungen direkt live in unserer VR-Brillenumgebung. Wenn es um Shader geht, wurde das Stattern viel mehr reduziert. Was vorher so aussah, ist jetzt hier im rechten Video erkennbar viel flüssiger als vorher. Das heißt, Lacks sind reduziert und es dürfte auch grafisch besser aussehen. Du willst zum Performance Spahn den Physik-Loop nur 10 Mal die Sekunde laufen lassen? Vorher in der Godot Engine 4.3 hätte es diese Lacks gegeben und alles wäre durch die Gegend geruckelt. Jetzt mit Godot 4.4 haben wir hier eine smoothere Interpolation und das Ganze wird gerendert, obwohl wir nur 10 für 6 Ticks die Sekunde haben. Filmreife Farben gibt es jetzt auch in der Godot Engine, dank dem neuen AGX Tone Mapper. Eben Farbtöne werden jetzt anders gemappt und so kann das Ganze hier von Pink sogar auf Blau umgeschaltet werden und kräftiger leuchten zusammen mit seiner Umgebung. Dictionaries können endlich in GDScript typisiert werden und sowohl in GDScript als auch in C Sharp können diese typisierten Dictionaries jetzt in den Inspektor der Engine exportiert werden. Dazu haben wir auch bereits auf dem Kanal schon mal ein Video gemacht. In der 4.4 gibt es viele Optimierungen von Features, die eigentlich hätten schon für die 4.3 reinkommen sollen, aber leider haben sie die Merch Deadline verpasst, deswegen kommt ein riesiger Schwung von Optimierungen in der 4.4. Können Kurven auch im Inspektor jetzt höhere Werte als nur 0 bis 1 haben, denn wir können eine obere Grenze wie zum Beispiel den Wert 10 hier einstellen. Wenn du große Szenen hast mit gar tausenden oder zehntausenden Nodes, kannst du jetzt ohne Ruckler und ohne Legs deine Nodes umbenennen und auch neu anordnen und verschieben. Dateipfade auf Ressourcen sind jetzt deutlich robuster, denn in der 4.4 erhält jede Ressourcenart eine einzigartige ID, sogenannte Unique Identifier, im Englischen UIDs genannt. Diese werden in .UID-Dateien direkt neben den Ressourcen gespeichert und die sorgen dafür, dass wenn du Ordner oder Dateien umbenennst oder im Projekt verschiebst, die Referenz von Godot darauf trotzdem erhalten bleibt. Ressourcen werden nicht mehr durch Dateipfade geladen, sondern durch diese internen IDs. Und Pfade können auch auf die IDs aufgelöst werden und auch umgekehrt. Das heißt, du hast im Resource Loader jetzt die Möglichkeit auch, diese beiden Sachen selbst zu nutzen und per Code Ressourcen zu laden. Wenn du von der 4.3 auf die 4.4 upgradest, gibt es ein automatisiertes Tool, wodurch du mit einem Klick für alle Ressourcen in deinem Projekt diese einzigartigen IDs anlegst und erzeugst. Der Aufbau von 3D-Szenen wird erleichtert durch Object Snapping. Immer dann, wenn wir eine Node nehmen oder auch eine Pack ziehen und die in der Szene verschieben, dann gucken wir, ob wir mit anderen Objekten kollidieren. Und bei der Kollision wird dieser Kollisionspunkt eben der Ursprungspunkt unseres Objekts. So können wir also in Kürze Sachen stapeln, übereinander platzieren und müssen nichts mehr händisch hin und her schieben. Bei vielen Nodes mit denselben Basiseigenschaften immer wieder die Exportgruppen aufklappen, um dann ein Attribut zu ändern. Das gibt es so nicht mehr. In der Godot Engine 4.4 kannst du Inspektor Favoriten ernennen und Variablen oben anpinnen, sodass für alle Nodes des gleichen Typs, in dem Falle hier Node 3D und allen davon ableitenden Klassen, jetzt immer oben im Inspektor die Position angeheftet ist. Du musst nicht mehr die Kategorien alle aufklappen und kannst direkt oben Werte eintragen. In GDScript kann man jetzt auf das massige Printen von Variablen verzichten, denn ein neuer Evaluator sorgt dafür, dass man jetzt unten einen neuen Tab hat, bei dem eben die evaluierten Ausdrücke angezeigt werden mit ihren Ergebnissen. Die Kamera 3D und ihr Preview-Mode werden abgelöst, denn man hat jetzt im Inspektor ganz oben eine permanente Preview der Kamera 3D, sobald die Node ausgewählt wird. Man kann live die ganze Kamera rotieren, verschieben und bewegen und sieht ein Live-Bild-Update, wie es aussehen würde. In GDScript kannst du jetzt über Funktionen, Variablen, Klassen und auch die Annotations einfach mit der Maus drüber hovern und du erhältst einen dynamischen Tooltip, wie in guten IDEs. Was macht das Ganze und wie setzt du es im Code ein? Arbeitest du mit mehreren Bildschirmen? Und du ziehst gerne die Godot Engine eher auf Bildschirm 2 und arbeitest dort in verschiedenen Projekten? Nun, die Engine merkt sich das ab sofort. Immer wenn du die Engine schließt und neu startest, wird sich gemerkt, wo sie zuvor geschlossen wurde, auf welchem Bildschirm sie war und öffnet sich auch genau dort wieder. Lange Ladezeiten beim Öffnen großer Projekte werden verbessert, denn jetzt hast du bis zu dreimal weniger Ladezeit bei größeren Projekten, dank vielen Optimierungen unter der Haube. Der Visual Shader Editor erhält weitere Docs, unter anderem einmal zu sehen, welche Parameter im Shader genutzt werden und oben auch in groß eine schöne Material Preview in Form einer Kugel. Wir können also direkt sehen, was wir hier bauen. Funktionen per Knopfdruck im Inspektor ausführen, das geht mit den neuen Export-Tool-Buttons auf jeglichen Tool-Skripten in sowohl GDScript als auch in C Sharp. Du brauchst in deinem Code nur eine Funktion, du legst sie auf einen Export-Tool-Button, gibst dem Ganzen einen Text und schon wird beim Knopfdrücken genau diese Funktion einfach ausgeführt. Ob das Generieren einer Farbe ist oder auch das Laden und Speichern von Dateien, du kannst jede beliebige Logik in Form einer Funktion auf einen Button drauflegen. Zu diesem Feature haben wir auch bereits hier auf dem Kanal ein Video. Wer braucht schon PCs zum Spieleentwickeln? Mit der Godot Engine 4.4 kannst du den kompletten Entwicklungszyklus eines Games auf deinem Handy oder Tablet mit Android ausführen. Zuvor gab es die Godot Engine bereits im Google Play Store. Du konntest Anwendungen mit GDScript coden und auch Playtesten auf deinem Handy oder Tablet. Doch jetzt mit der 4.4 kommt der Export-Support und du kannst deine Anwendung also für verschiedene Plattformen und Betriebssysteme sogar bauen. Und zwar von Android die APKs. Linux, Web, Windows, macOS und auch iOS sind darin enthalten. Also von deinem Handy ausgehend oder deinem Tablet komplett entwickeln und erstellen. Unter Linux kann jetzt deine Webcam in die Godot Engine Anwendung eingebunden werden. Damit ist sie die dritte Plattform neben macOS und iOS, die das Feature nun hat. Windows, Android und auch Web lassen weiter auf sich warten und bedarfen entsprechend weiteren Mitwirkenden auf dem GitHub. Für macOS und iOS gibt das Metal Rendering Backend ab sofort eine neue Art, noch effizienter mit noch mehr Kontrolle Sachen zu rendern. Und obendrauf wurde Support für Game Controller dort verbessert. Wenn es um C Sharp geht, dann ist jetzt .NET 8.0 der neue Standard für Projekte. Das heißt C Sharp Sprachversion 12 kann problemlos genutzt werden und bei Bedarf kannst du auch schon auf .NET 9.0 wechseln, um C Sharp 13 zu nutzen. Auch die Kernsysteme der Engine haben einige Updates erhalten. Beginnend beim Thema Animation gibt es den Look at Modifier 3D, um einem Objekt hinterherzuschauen. Wenn es um Jiggly Physics geht, eben wackelnde Haare oder andere Sachen, gibt es im Vergleich zu vorher jetzt eben, wie ihr hier sehen könnt, einen großen Unterschied. Was vorher sehr statisch war, kann jetzt mitschwingen. Vorher hier links zu sehen, jetzt hier rechts die neue Variante. Und wir können auch in Animationen Markern setzen, um so korrekte Loops zu erzeugen. Beim Thema Audio hat die Godot Engine jetzt die Möglichkeit, Wave-Dateien mit einer einzigen Methode direkt zur Laufzeit laden zu können, ganz dynamisch. Das konnte vorher OGG Warbis bereits auch. Jetzt haben diese beiden Formate das Ganze in einer Methode jeweils. Und MP3 leider noch nicht. Beim Import von Ressourcen gibt es zwei große Änderungen. Das eine ist, in Sachen Texturen wird jetzt der Betsy Texture Compressor in die Godot Engine integriert. Ein Tool, was es dir erlaubt, Bilder eben wie PNGs oder JPEGs in die verschiedensten GPU-Texturformate zu bringen. Und damit kann die Grafikkarte eben sehr effizient arbeiten. Das reduziert allein schon dort Ladezeiten. Und wenn es um 3D-Modelle geht, gibt es eine neue Erweiterung für das Datenformat GITF. Denn du kannst in Animationen nicht nur die typischen Transform-Eigenschaften und Shape-Keys als Ziel nehmen, sondern jetzt auch von jedem Objekt Daten wie die Farbe eines Lichtes, das Blickfeld der Kamera, die Transparenz eines Materials, die UV-Koordinaten und noch vieles mehr. Beim Thema Navigation und Wegsuche in der Godot Engine gibt es zwei Updates. Das eine ist, das Spaghetti-Monster unter der Haube wurde erschlagen. Denn der Code des Navigation-Servers ist einer der ältesten Komponenten in der Godot Engine 4. Das heißt, auch lange nicht mehr geändert worden. Und da hat sich Smix 8 die Mühe gemacht, das Spaghetti-Monster zu erschlagen und so Quality-of-Life-Features zu ermöglichen. Was die Navigation-Map angeht, sorgte die Synchronisation bisher für einen Lack und Drop von FPS. Das Ganze wurde aber so geändert, dass es parallelisiert in einem Worker Thread stattfindet. Das heißt, diesen Lack wirst du in Zukunft nicht mehr haben. In Sachen Physics können jetzt alle Collision Shapes mit Debug-Farben gerendert werden und so im Editor sichtbar gemacht werden. Beim Thema Rendering bietet die Engine gleich mehrere Verbesserungen im Bereich 2D und 3D an. Unter anderem Lightmaps und eben Schatten. Wir können jetzt dank neuem bikubischen Samplen, Anti-Aliasing und auch weiteren Lichtproben jetzt bessere Schatten erzeugen. Ihr seht, die sind etwas weicher und nicht mehr ganz so hart wie vorher. Obendrauf können Lightmaps auch erstellt werden mit transparenten Objekten im Weg. Wenn es darum geht, etwas mehr retro zu sein, kommt das Feature des Vertex Shading, was alle anderen Game Engines schon lange supporten und auch früher sehr gerne bei Games im Playstation 1-Zil genutzt wurde wie Crash Bandicoot in der Godot Engine als eigenes Feature. Denn jetzt können neben Texturen auch die Farben einzelner Vertices eben der Punkte eines Meshs genutzt werden, um noch mehr Farbvariationen rauszuholen. In Sachen 2D gibt es ordentliche Performance Boosts, weil jetzt Draw Calls weiter gebündelt werden. Die Anzahl der Befehle dadurch wird reduziert und die Performance wird optimiert dadurch. Und in Sachen Shadern können wir jetzt auch weitere Uniforms nutzen und Variationen einfacher erstellen. Wenn du zuvor Variationen haben wolltest, brauchtest du mehrere Shader mit der gleichen Logik. Das war etwas schlecht. Jetzt gibt es einen einzigen Shader und du kannst verschiedene Shader Instanzen davon erzeugen und einzelne Werte anpassen und konfigurieren. Und zu guter Letzt noch VFX, visuelle Effekte, besser bekannt als Partikelsysteme. In 3D sind die Emission Shapes für alle Konfigurationen jetzt als Gizmos im Editor sichtbar. Und für 2D wird das Ganze in der Godot Engine 4.5 kommen. Denn letzten Monat wurde hier bereits ein neues Issue dafür aufgemacht und das Ganze ist schon in Entwicklung und auch dem Godot Engine 4.5 Meilenstein zugeordnet. Also wir können uns sicher sein, für 2D kommt das Ganze ebenfalls. Dass wir im Inspektor die Emission Shape auswählen können, die Größen konfigurieren und wir sehen auch dann hier schon, wie das Ganze aussehen wird. Und damit sind wir auch am Ende des Feature-Überblick-Videos. Großen Dank an alle diejenigen, die die Engine mitentwickeln, hier eben nochmal die gesamten Namen zu sehen. Je größer der Name, desto mehr tragen sie zur Entwicklung der Engine bei. Bei 3000 plus Commits, gut 4300 gelösten Issues von mehr als 500 Personen, ist das wirklich eine sehr große Ansage. Und man darf nicht vergessen, es geht ja weiter. Während dieses Projekt immer weiter wächst, ist schon die Planung am Laufen für die Godot Engine 4.5. Und wir sehen auch schon hier, 4% der bisher zugeordneten 800 plus Issues sind bereits gelöst. Aber ich kann mir fast schon denken, das wird so ein Monster werden, wie das hier unten. Vielleicht sogar größer, vielleicht auch etwas kleiner. Wir werden es in jedem Falle sehen und in Zukunft gibt es auch ein Video über die spannenden GitHub-Issues, die sich hier hinter verstecken. Deswegen lass gerne einen Like da, abonniere, wenn du mehr sehen möchtest und schreib gerne Fragen, Feedback und Meinungen zur Folge und Sokodo Engine 4.4 mal in die Kommentare. Was fandest du am besten? Warst vielleicht nicht unbedingt so interessant? Ich bin sehr gespannt. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und hoffentlich bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.